Ist auch einer unserer Käpt'n, also wir haben so ein Dreierrad, da ist sie auch mit dabei, auch jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, die auch schon in EMs gespielt hat, technisch sehr starke Spielerin, die vorne auch ein 1 gegen 1 gewinnen kann und dann natürlich auch das Tor erzielen, was enorm wichtig ist, aber auch jemand, der diese Ruhe auf dem Platz hat, das heißt, du brauchst natürlich auch Leute, die mal die Mannschaft drunter bringen und da ist sie absolut jemand, wenn man die Marianne anschließt, dann ist man 100 Prozent überzeugt und auch diese Ruhe und Gelassenheit, die motiviert, die bringt Sicherheit in die Mannschaft und gerade für die jüngeren Spielerinnen, das ist eine enorm wichtige Rolle. Faktor.